Ben, bist du bereit? Na klar. Bist du bereit für das, was jetzt kommt? Wir reden über ein ganz großes. Meine Damen und Herren, moin, moin, servus, grüß dich und doch noch. Herzlich willkommen bei Mixcast, dem Podcast über die Zukunft der Computer. Virtual Reality. Spazial Computing. Spazial Computing gibt es auch. Augmented, habe ich jetzt auch schon mehrfach gehört. Augmented, die Leute sagen immer Auge. Ich glaube, weil die denken, dass es halt mit dem Auge zu tun hat. Mit Augmented, finde ich auch gut. Augmented Reality. Ben, ich habe was Tolles heute in der Trickkiste. Ich dachte mir, ich will dich mal so wieder richtig triggern. So richtig. Ich will dich quasi in Fahrt erleben und möchte dich gerne heute monothematisch auf die aktuelle Soni-Situation hinführen. Hättest du Interesse an diesem Thema? Kannst du mir jetzt irgendwie Hörnchen und so und Teufels lachen? Ja, per Augmented Reality könnte ich dir das jetzt irgendwie per Snap-Lens oder sowas einblenden. Ja, für alle Leute, die nur im Audio-Content dabei sind, Ben hat fies gegrinst. Und ja, wie er es selber beschrieben hat, ihm wären theoretisch Hörner aus dem Kopf geschossen. Wobei eigentlich, also das ist ja, das bringt das Ganze ja schon in eine unfaire Stimmung. Eigentlich, Ben, würden wir Sony ja gerne mögen, weil Sony hat einfach deswegen ein Stein im Brett, weil sie gute, theoretisch gute Software haben. Sie haben mit der Playstation ein theoretisch gutes Ökosystem. Sie besitzen theoretisch gute IPs und sie können theoretisch auch gute Consumer-Elektronik produzieren, was sie zuletzt vor genau einem Jahr, ich glaube, es ist jetzt genau, es ist wahrscheinlich, warte mal, wann ist denn Release PSVR 2 gewesen? Das muss doch, wir sind, wir haben sogar zufälligerweise jetzt einjähriges. Ja, stimmt. Release PSVR 2. Das ist gerade eben gewesen. War Februar 2023. Ja, wir haben quasi das Einjährige jetzt. Also vor einem Jahr ist Sony mit seinem neuen VR-Flaggschiff. Geburtstagscast und eigentlich Todescast, aber hey. Ja, das ist das Problem. Also ich meine, wir haben in unserem Jahresrückblick zum überraschenderweise Jahreswechsel, haben wir zumindest erwähnt und du hast es ganz klar erwähnt, dass PSVR 2 für dich eine herbe Enttäuschung war. Und jetzt ist aber Folgendes passiert und deswegen dachte ich mir, wir machen das Ganze nochmal zum Thema. Sony hat da so ein paar Games im State of Play. Wie nennen die ihr Format? Ich vergesse das immer. Seid mir nicht böse. Mich interessiert das alles nicht. PlayStation Next oder so ähnlich. Ja, auf jeden Fall halt ihr Gaming Showcase. Ja, jetzt kommt in den Kommentaren, die sagen, Gaming Showcase heißt bei Microsoft, State of Play ist Meta und genau, PlayStation Next ist dann irgendwas anderes, aber wahrscheinlich ist die Chance ziemlich groß, dass ich gerade alles durcheinander gemischt habe. Egal. Auf ihrer Online-Präsentation für bald erscheinende Spiele haben sie eine tolle Sache angekündigt und wir befinden uns jetzt gerade während der Aufnahme in der Woche, wo Sony relativ viel Entlassungswellen und Schließung von Studios angekündigt hat. Krass, oder? What the fuck? Vor allem, ey, da sind sogar Leute von Naughty Dog entlassen worden. Ey, das ist ganz schlimm. Also die Naughty Dog Nummer, die trifft mich wirklich hart. Ich meine, wir wissen eine Sache, das hat jetzt nichts mit VR zu tun, aber Naughty Dog hat relativ lange schon an einem Last of Us Multiplayer Game gearbeitet, das dann letztendlich auch gecancelt wurde. Finde ich übrigens gut. Ja, tatsächlich, weil Naughty Dog für mich immer eigentlich ein Garant war für Singleplayer-Spiele. Gute Singleplayer-Spiele, ja. Wirklich, wirklich ausgezeichnet, gute Singleplayer-Spiele. Kurz frage, ich überstrahle total wegen der Sonne, soll ich das Rolleruntermachen? Nein, das ist der Heiligenschein, jetzt lass es mal. Okay, dann wäre Carsten einfach. Oh, dieser eitle Gag. Mir ist das ja egal, aber was sagen denn dann, also ich meine. Was sagen denn die Leute, wenn die Hälfte deines Gesichtes einfach weiß ist? Also für alle, die das gerade nicht sehen, er wird gerade von links angestrahlt, vom Sonnenlicht und macht sich Sorgen, dass man ihn in seiner ganzen schönen Robinson-Cruzo-Optik nicht mehr sehen kann. Ja, ist Hopfenwells verloren. Weiter im Kontext, du hast recht. Dann lass uns weiter im Kontext bleiben. Also, guck mal hier vor allem, ich hab heute so richtig faul mir auch nur das Headset über den Kopf geschmissen. Ich seh eh aus wie so ein halber Android. Komm, mach jetzt weiter, wir kriegen sonst wieder Ärger in den Kommentaren, dass wir missdrehen und cringe sind. Entschuldigung, Concentration. Also, Sony hat Studios geschlossen, du hast gerade gesagt, darunter Naughty Dog mit Entlassung. Also Studio nicht, das Studio wurde nicht geschlossen, aber es hat eine große Entlassungswelle gegeben in dem Bereich. Und geschlossen wurden ja Studios, die an VR-Titeln, also an VR-Only-Titeln gearbeitet haben. Also ich meine. Landen-Studio. Hinter Horizon, also hinter dem Call of the Mountain-Teil. Alter, was ist da los? Also, was ist da los, dass man keinen Bedarf mehr für diese Menschen hat, die im Prinzip, könnte man ja sagen, PlayStation VR 2 durchgespielt haben. Also, sie haben das Gerät beherrscht, sie haben die Entwicklung dafür beherrscht und Sony schließt einfach komplett ihre VR-Sparte und räumt auf. Und jetzt, pass auf, jetzt kommt ja der Witz an der Sache. Eine Woche vorher in ihrem State of irgendwas haben sie halt dann ein neues oder haben sie ein paar neue VR-Schnickschnack-Sachen angekündigt. Aber, über die möchte ich gar nicht reden, haben gleichzeitig angeteasert, dass sie gerade daran arbeiten, PS VR 2 PC-tauglich zu machen. Also, das beides jetzt in Kombination, sozusagen, ja. Ich komme direkt zu meinem Fazit. Das klingt, wie wir suchen gerade nach einer Möglichkeit, unsere Hardware-Lager leer zu bekommen, um das Ding so schnell wie möglich einzumotten und um quasi das Ding irgendwie für einen Selbstkostenpreis noch schnell loszuwerden in den kommenden zwei Jahren. Was ist da los zum Henker? Ihr, also, na, alle, die so zuhören häufiger und wissen, wie ich gerne mal auch rumrente und was ich vor allem von PC VR halte an der Stelle. Also, es ist doch toll, diese wunderbar potenzialträchtige Konsole von Sony wird ein PC VR-Zombie. Ist das nicht grandios? Wir machen nichts anderes, als einfach zu gucken, okay, es kommt bei uns nichts mehr. Wir killen alle unsere Studios, VR wird abmoderiert intern, aber wie können wir denn, wie du gerade gesagt hast, wunderbar noch die Dinger mit rübernehmen? Ach, guck mal da, da sind Modder, Ivory heißen die, glaube ich, die arbeiten schon länger daran, die PC, die PS VR 2 kompatibel oder verbindbar mit einem Computer zu machen. Ach komm, das machen wir eben schnell selber, dann nehmen wir noch ein paar mit und haben die am Start. Und mein großes Problem, und das ist mein Fazit, das vorgezogene ist, Sony ist für mich mittlerweile vom Potenzialträger, und zwar ein Riesenpotenzial, was da ursprünglich am Start war, was man sich hat denken können, na, du bist kurz drauf eingegangen, zum Potenzialverbrenner geworden, und zwar auf breiter Front. Und das ärgert mich so unfassbar, weil sie haben so die Möglichkeiten gehabt, wirklich was zu bewegen, und das haben sie einfach nicht. Wobei ich, vielleicht noch ein ganz bisschen Selbstkritik an der Stelle, also ein ganz bisschen viel, mein PS VR 2 Review von letztem Jahr ist unfassbar schlecht gealtert. Okay, warum? Weil ich das niemals nochmal so schreiben würde. Natürlich im Lichte der Sachen wie Quest 3, wie Apple Vision Pro, etc. pp. Ich würde diverse Dinge anders sehen und viel kritischer noch beleuchten, als ich es getan habe, an der Stelle. Also zu dem Zeitpunkt war es vollkommen in Ordnung, weil das ist auch damals meine Überzeugung gewesen, nur mit schlecht gealtert meine ich, nach einem Jahr sehe ich das schon wieder komplett anders. Aber wie jetzt, im Positiven oder im Negativen? Das musst du hier in dem Kast schon aufräumen. Also du würdest es eigentlich noch schlechter bewerten als damals. Ich sag's mal ganz... Du warst so ein bisschen gehypt beim Review damals. Ja, das gar nicht mal so sehr, also weil ich wusste ja schon, was das für Nachteile hat, und gerade auch beim Komfort etc. pp., aber in Verbindung mit dem ganzen Potenzial, was ihre ganzen IPs angeht, was das Spielen an sich angeht, und natürlich auch so grandiose Sachen wie GT7 oder Horizon, Resident Evil, habe ich gesagt, also die Nachteile des Headsets werden aufgewogen durch diese unfassbare Bandbreite an geilen IPs, die man in Zukunft in dieses Headset bringen kann. Das war so, ich versuche immer Sachen immer sehr in ihrer Ganzheit zu bewerten, also möglichst wenig Einzelfeatures, unterläuft natürlich auch immer mal wieder oder gibt es auch solche Sachen, aber das war so der Punkt. Von daher weniger gehypt an der Stelle, sondern einfach das passt für diesen Zweck und in diesem Kontext ist es einfach sehr, sehr gut. Nur mittlerweile und auch wie es sich entwickelt hat, ist halt für mich ganz klar eine absolute Totgeburt. Eine absolute Totgeburt und das, was sie gerade machen, ist für mich nur noch, ja, da wird wirklich verwaltet, sodass der letzte Rest vom Schützenfest ist das. Boah, ich sehe die enttäuschten und aufgebrachten Kommentare unter diesem Cast wahrscheinlich auch aus der jeweiligen persönlichen Gefühlslage zurecht auf uns einprasseln. Um es aber kurz zu machen, ich verstehe dich total. Also sie haben dieses Ding damals mit einem riesengroßen Paukenschlag rausgebracht. Man könnte jetzt noch darüber diskutieren, ob viel zu spät, also diese PlayStation VR 2 ist auch im Lebenszyklus der PS5 sehr spät erst erschienen, aber meine Güte, wie es sich gerade alles herauskristallisiert, werden wir alle mit der PS5 und auch mit der Xbox Series X noch ein Weilchen leben. Das ist erstmal in Ordnung. Wir haben nicht mehr diese relativ schnellen Konsolenzyklen, von daher alles gut. Aber, und das ist ja der Punkt, den du gerade angesprochen hast, sie haben dieses Teil rausgebracht, sie haben gefühlt drei, vier Titel rausgebracht, die eine gewisse Relevanz haben. Und dann haben sie das Teil fallen gelassen und haben irgendwie gesagt, so, das muss jetzt der Markt regeln. Und ich befürchte, den eigenen Fettnapf, in den Sony da getreten ist, ist ihre Form von eigener Marktforschung in ihrem eigenen kleinen Ökosystem. Also sie haben quasi geguckt, wie viel PSVR 2 wurden verkauft. Dann können sie mit ziemlicher Sicherheit über ihr eigenes Ökosystem absehen, wie viel von den gekauften Headsets werden in welcher Form und in welchem Zeitfaktor genutzt. Also wie hoch ist das Nutzungsverhältnis plus wie gut verkauft sich unsere Software und haben darauf dann relativ schnell und unbedarf den Stecker gezogen. Und das haben wir beide schon Ende letzten Jahres gespürt, weil es gab keinen riesengroßen Software-Support. Und ich wäre sogar so weit gegangen, Ben, ich wäre sogar so weit gegangen und hätte letzte Woche, hätten wir letzte Woche den Cast aufgenommen, nach diesem State of Irgendwas Gedöns, also wo diese Spiele angekündigt wurden und diese PC-Anbindung. Ich wäre verleitet geworden, ich hätte mich selber hören sagen, dass es ja eigentlich erst mal positiv betrachtet werden könnte, nämlich Sony öffnet sich den PC. Wir haben nämlich, du hast ja gerade diesen ominösen Third-Party-Treiber angesprochen, den haben wir ja damals besprochen. Und da haben wir uns beide, meine ich mich zu erinnern, recht klar so geäußert, dass wir gesagt haben, keine Chance. Ja, also dass irgendein Third-Party-Entwickler oder ein Entwicklerteam das Ding so aufbrechen und so aufhacken kann, dass das geil am Rechner benutzt, das ist schwierig. Aus vielen Gründen, ja. Die Controller müssen getrackt werden, das Ding muss sauber funktionieren. Aber wenn das jetzt offiziell von Sony kommt, nice. Wenn die einen richtig geilen offiziellen Treiber liefern, inklusive Controller, also ich sehe ja schon so ein Mischmasch auf uns zukommen, wie da sich dann doch ein Lighthouse aufbauen muss, um dann die SteamVR-Controller benutzen zu können oder so. Also ich kann dann nur die Brille verwenden. Who knows? Aber egal. Tun wir mal so, als liefern sie jetzt einen echten Treiber. Ich hätte es letzte Woche gefeiert in einem gewissen Rahmen. Aber jetzt, in Kombination mit diesen Studioschließungen, mit den relevantesten VR-Studios, die Sony besessen hat, die Leute, die Call of the Mountain gemacht haben und die Leute, die dieses andere, ah, verdammt, das andere Game da gemacht haben, The Persistence, das ist mir gerade nicht eingefallen. Also das Studio, das The Persistence gemacht hat und das Studio, das Horizon Call of the Mountain gemacht hat, werden beide irgendwie geschlossen. Ey, also diese Kombination ist, wie hast du es gerade gesagt, toxisch. Ja. Sie ist einfach toxisch. Das ist ziemlich eklig. Das ist wirklich so eine, das ist unfassbar schade. Ich weiß nicht, was da ist vor allem, oder ich kann es mir nur vorstellen, dass da sehr, sehr viel in den Führungsebenen von Sony strategisch einfach falsch gemacht wurde. Also wir haben uns damals auch schon, auch zu Review-Zeiten haben wir uns schon überlegt, warum hat Sony gewisse Entscheidungen getroffen, wie zum Beispiel Frenel Linsen da reinzuballern, obwohl man absehen konnte anhand von Pico 4, anhand von Quest Pro, dass Pancake der neue heiße Scheiß ist. Und so macht dich mit, aus Gründen. Und dann hat ganz, ganz viele solche Sachen. Hat natürlich auch einige sehr, sehr gute Sachen drin, wie sowohl das Headset, aber auch natürlich die Controller, die sind richtig, richtig cool geworden, so von der, von den, von der Haptik und so. Ganz, ganz viele, auch viele schöne Sachen da drin, aber insgesamt eben eines, von dem man damals auch schon absehen konnte oder beziehungsweise, wo einem hätte klar sein müssen, vielleicht, oder klarer, als es auch vielleicht mir gewesen ist, wenn dieser inhaltliche Schub ausbleibt, ist das ein Headset, das nach einem halben, dreiviertel Jahr schon komplett als veraltet gilt. Ja, also ich meine, ich glaube, all diese Entscheidungen wurden sowohl aus Kostengründen als auch aus Entwicklungsgründen getroffen. Ja, aber ist das nicht direkt falsch schon an der Stelle? Also, naja, Moment, also wir sehen es jetzt gerade, ich finde, wir sehen es zum Beispiel gerade bei Apple ziemlich gut. Ja, das Apple-Headset ist jetzt rausgekommen und wirkt irgendwie, es ist natürlich, es ist technisch ein absolutes Meisterwerk, aber da sind einfach ein paar Entscheidungen getroffen, wo ich mir vorstelle, die hätte man eigentlich ändern können in den letzten, oder unter der aktuellen Gesichtspunkte, hätte man das ändern müssen. Aber ich glaube, so ein komplettes Hardware-System einfach zu redesignen, ist halt eben nicht einfach so möglich. Will heißen, bei Sony ist das mit Sicherheit auch passiert. Ja, die hatten zwei Jahre lang am PSVR-2 rumgetüftelt und dann musste das, das Ding musste einfach irgendwann raus. Und man, und, und man hatte dieses, man hatte diese Fresnel-Linsen, man hatte, Pancake hätte wieder mehr Licht gekostet, bla bla bla, whatever. Aber am schlimmsten ist die Tatsache, Ben, die du gerade so im Nebensatz angesprochen hast, sie haben dieses System einfach nicht unterstützt. Ja, sie hatten, also den Trumpf, den sie in der Hand hatten, war ein einheitliches, funktionierendes High-End-System. PSVR-2 in Kombination mit PS5 hat überall gleich gut funktioniert. Überall war eine fertige, eine fertige, hohe, wie sagt man, Basis. So, egal, jetzt bin ich raus. Aber was ich sagen wollte war, das Potenzial war so geil, weil entwickelnde Studios die Möglichkeit gehabt hätten, High-End-Games für ein immer gleichbleibendes, qualitativ gut funktionierendes System zu entwickeln, mit V-Werted-Rendering, über Eye-Tracking und so weiter und so fort. Und Sony selber hat es nicht mal geschafft, anständig Software zu machen. Und ja, also ich höre ... Für den Anfang, am Anfang haben sie ja sogar die Beispiele geliefert, also GT und so weiter. Da hast du ganz genau gesehen, das ist möglich. Und das hat ja auch allen, die das vernünftig nutzen konnten und wollten, ganz klar gezeigt, wow, also den Mund wässrig gemacht. Oder die DVR-Brille feucht werden lassen. Aber was mir da halt aufgefallen ist, ist, guck mal, wenn wir jetzt mal PC VR, hast du ja gerade, wie ich finde, zu Unrecht hart angefasst, weil es hat seine Daseinsberechtigung, aber es ist halt eine Nische in der Nische, okay? Darüber bin ich mit dir einig. Aber was mir beim PC VR-Bereich immer wieder auffällt, ist, ich war jetzt dieses Jahr tatsächlich schon auf zwei, drei VR-Veranstaltungen. Das waren so, sagen wir mal, so Messecharakter, wo es auch jetzt durch Vision Pro vor allem darum ging, neue Leute wieder mit VR in Verbindung zu bringen. Und man hatte dort dann teilweise auch PC VR-Systeme aufgebaut. Und weißt du, was man da gezeigt hat? The Lab. Warum? Weil The Lab das bis dato geilste PC VR-Beispiel ist, was es gibt, wo man schnell reinkommt, wo eine geile Haptik ist, wo es eine geile Bedienung gibt. Verschiedene Sachen ausprobieren kann. Genau, man kann geile Sachen ... Und ich sag mal jetzt, von der Königsdisziplin her, alles da drauf ist, alles, was man da gesehen hat, ist dann irgendwann in Half-Life LX aufgegangen. Das heißt also, Half-Life LX ist nach wie vor das Nonplusultra, was PC-Gaming angeht. Aber es ist schon irgendwie bezeichnend, dass man auf dem PC, wenn es um Demo-Zwecke geht, immer noch The Lab rausholt, weil da in den letzten Jahren nichts Geileres rausgekommen ist. Und das Gleiche ist Sony passiert. Wenn du jemandem zeigen willst, zu was PSVR 2 in der Lage ist, holst du immer noch Horizon raus. Ja, du lässt die Leute immer noch Horizon zocken. Und wenn ich jetzt aber auf die Meta-Quest-Plattform gucke, es tut mir leid. Ich weiß, wir sind mittlerweile laut Meinung einiger Menschen inoffiziell von Meta finanziert. Ich kann euch versichern, es ist so. Mein Kontostand sagt was anderes. Verdammt musst du es denn sagen. Mein Lambo draußen, der piept da rum, wenn ich das höre. Also ganz ehrlich. Aber es ist so, wenn ich jemandem eine Quest 3 aufsetze, kann ich ihm viel mehr coole Einstiegssachen zeigen, die über die letzten Jahre auch allesamt besser wurden. Sehr auch diverse Sachen. Also wirklich ganz unterschiedliche Dinge, die auch so selbst auf der ... Also natürlich ist es immer noch sehr viel Gaming an sich, aber da gibt es auch noch ganz viele andere Dinge, die man mal eben schnell ausprobieren hat, inklusive natürlich Mixed Reality. Gut, das kann man jetzt der PSVR 2 nicht anlasten an der Stelle. Also man muss ja nicht unbedingt ... Hätte nicht unbedingt auch ein Mixed Reality-Headset sein müssen. Aber, und da hast du vollkommen recht, so einfach dieses verschenkte Potenzial. Also nur ein einziges Keyword an der Stelle. Nur eins. Astrobot. Das ist für mich Sinnbild des Versagens von Sony, des absoluten strategischen, inhaltlichen Versagens von Sony. keine neue Astrobot-Geschichte zu machen. Die haben selbst für die PS5, die Starter-Demo, ist Astrobot und alle lieben sie. Alle finden das grandios. Und es wäre auch der Kickstarter für PSVR 2 geworden. 100-prozentig. Und wo ist es? Nichts. Ganz im Gegenteil. Die machen die ganzen Studios, die damit zu tun hatten, mal eben dicht. Ich weiß nicht, wie wir aus diesem Cast rauskommen sollen, weil es ist ... Sonne scheint, ist alles gut. Wo wir, also wo wir, wo wir, naja, wo wir auch hinwollen. Es ist, also, pass auf, blicken wir mal in den nächsten zwölf Monaten. Wir wollen das Sony schicken, natürlich, um ... Das auch. Blicken wir mal in den nächsten zwölf Monate, sieht es für dieses System wirklich in Mauer aus. Würde mich jetzt jemand fragen, ob dieses System eine Investition wert ist, würde ich sagen, nein. Und das mit einer noch stärkeren, mit einem noch stärkeren Nachdruck, als ich es vielleicht im letzten Jahr getan hätte. Weil ich im letzten Jahr gesagt hätte, mal gucken, ob ... Also, ja, aber es ist eine Gefahr, wie es sich entwickelt. Nur, momentan fühlt es sich wirklich nach heißer Kartoffel an. Naja, und das andere ist ja, wenn wir so ein bisschen gucken, einfach mal die Ausdauer, die das Ganze haben muss. Und da ist es nun mal einfach so, die einzigen, die dort wirklich absolut Ausdauer zeigen ... Apple muss es noch beweisen, ob sie Ausdauer haben. Das ist Meta. Das stimmt, ja. Meta sind die einzigen, die wirklich dauerhaft, ganz stumpf, und egal, wie es gerade auch an der Börse aussieht oder sonst ... Vielleicht auch dämlich, ne? Ja, also, vielleicht auch manchmal stur dumm. Aber das ist vielleicht auch einfach ... Also, wenn wir sagen, das soll wirklich die nächste Plattform werden oder ein Vorläufer einer Plattform, wie es dann vielleicht AR-Brillen sind oder so, keine Ahnung, dann brauchst du auch eine gewisse Sturheit, in der du dann auch ganz klar deine Strategie verfolgst. Und diese Strategie, man kann sagen, was man will, aber Meta hat eine. Meta hat eine Strategie. Ich bin auch nicht vielleicht bei allem mit einverstanden, was sie machen oder wie sie es machen. Und würde es vielleicht anders machen, vollkommen klar. Aber sie haben eine. Bei Sony gab es die nicht. Und das möchte ich vielleicht noch mal anführen. Das haben wir, wir hätten es sehen kommen können, vielleicht müssen. Wir haben auch ein bisschen drüber geredet gehabt. Nämlich, wie wurde die PSVR 2 denn angekündigt? Da ist ganz plötzlich irgendwo so ein fucking Blogpost erschienen. Da ist, noch mal zu den Controllern, ein fucking Blogpost erschienen. Das ist nicht mal in ihrem State of Play erschienen, dass sie das gezeigt haben. Und genauso auch jetzt wieder mit der PCVR-Geschichte in dem Nebensatz, in einem Blog, mal eben so fallen lassen. Und mehr lieblos, mehr leidenschaftslos, mehr ... Du kannst gar nicht mehr sagen, ja, wir wissen gar nicht so richtig, was wir damit machen sollen. Hier, guck mal, da hast du noch mal PCVR am Schluss. Geh weg. Tja. Also ein Teil von mir will das nicht wahrhaben. Wir wollen jetzt weinen eigentlich, oder? Ein Teil von ... Naja, wie gesagt, ich hoffe einfach, dass es nicht so kommt. Ich habe gerade parallel noch mal versucht, grob zu recherchieren, um es so ein bisschen in eine zukünftige Perspektive zu bringen. Das Internet sagt, aktuell ist mit einer PS6 irgendwie ab 2027 zu rechnen. Natürlich alles irgendwelche kackgefundenen, schnell eben gegoogelten Gerüchte oder sowas. Also selbst wenn es 2026 ist. Das heißt, theoretisch hätte man noch perspektivisch perspektivisch zwei, drei Jahre Software-Support. Und das ist eine Zeit, in der man Geld verdienen kann. Und auch darüber hinaus existiert die Plattform ja auch noch. Also du musst ja aber als Hardware-Hersteller auch zeigen, dass du dran glaubst. Und das ist, glaube ich, vielleicht ist das sogar noch einer der größeren Punkte, weil du vorhin gesagt hast, sie haben drauf gebaut, dass irgendwie Studios noch drauf springen und dann dafür was entwickeln oder ähnliches. Aber sie haben nicht gezeigt, dass sie daran glauben. Und das fängt halt bei der Ankündigung an. Und hört dann dabei auf, wie sind die Ankündigungen für weitere Schritte. Es kam ja auch mehrfach, dass dann gesagt wurde, ja, da erwartet euch noch ganz viel. Ja, was denn, der eine Satz PC-VR-Support? Weil mehr war da nicht. Und dann kam halt Arizona Sunshine 2. Und ich denke so, ja, da könnt ihr euch jetzt nicht beschmücken. Ja gut, das kann ich aber auch auf der Quest 3 spielen. PC-VR. Wenn du Light ertragen kannst, ja, dann kannst du das auch auf der Quest 3 spielen. Ich würd's dir dann eher am PC ... Ach nee, du magst ja kein PC-VR. Ich spiele auch manchmal PC-VR, so ist es nicht ... Aus Versehen, denn wenn du in die Brille reinfällst und mit deinem dicken Zeh an den Rechner kommst, der angeht, dann spielst du PC-VR. Aber insgesamt gebe ich dir halt recht. Sie haben einfach leider es total verpasst, auch den Markt anzuschieben mit den finanziellen Mitteln, die Sony meiner Meinung nach auch gehabt hätte. Und wir sehen hier gerade den Tod auf Raten, befürchte ich. Ich weiß halt auch nicht, ob Leute wie wir am Ende zu einer selbsterfüllenden Prophezeiung beitragen. Ich glaube nicht, weil das würde uns zu viel Relevanz einsprechen. Ich glaube, so relevant ... Dafür verdienen wir zu wenig. Ich glaube, ich muss noch mal mit Meta verhandeln. Aber am Ende geht's ja darum, dass was wir hier spüren, spürt ja auch die restliche Branche. Und am Ende läuft's halt dann einfach darauf hinaus, dass man sagt, meh. Also selbst ein PC-VR-Treiber wird dieses System nicht mehr retten, weil du für 350 Euro mit der Quest am Ende die bessere Hardware an PC anschließen kannst. Oder mit 400 Euro eine Pico sogar eventuell für dich die bessere Wahl wäre. Und du dann zusätzlich sogar noch ein Mobile-System bekommst, das du auf der Hand nutzen kannst. Du weißt schon, dass Pico tot ist, ne? Ach ja, das sind ja die Nächsten. Stimmt. Das sind ja die Nächsten, die deiner Meinung nach sterben. Natürlich, die sind doch weg vom Fenster. Schon längst. Aber nicht offiziell. Ach, was hast du denn offiziell? Also du meinst mit dem Rumpfklub, mit dem sie jetzt versuchen, die Apple Vision Pro nachzubauen? Okay, Ben, Ben, du bist kompliziert heute. Ich würde den Teil gerne rausschneiden, bitte. Nein, nein. Okay. Ja, Ben gibt gerade die ganze VR-Branche, glaube ich, auf. Nö, ich bin nur einfach Realist an der Stelle. Ich bin realistischer Optimist. Ich freue mich drauf, was da noch alles kommt. Und da kommt eine ganze Menge. Ich hoffe, dass vor allem Apple durchhält, dass sie sich nicht davon beirren lassen, von der teilweise irgendwie ein bisschen merkwürdigen Presse, die es da teilweise gibt. Also wie gesagt, sie haben ja ein tolles Headset an sich ist gut. Sie müssen nur dranbleiben. Das muss sich weiterentwickeln. Und wenn sie weiterentwickeln, und danach sieht es ja auch so ein bisschen aus, der Lieferketten-Analyst Kuo hat ja schon gesagt, 2026 könnte die nächste Iteration am Start sein. Nur wir müssen halt alle mal so ein bisschen davon weg, dass wir glauben, okay, das nächste große Ding, oder die nächste große, genau, wird dann das Teil, was den Massenmarkt ... Nein, 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 nein. Das wird alles noch ein bisschen dauern. Durchhaltevermögen, das ist das, was Sony abgeht, neben der Strategie. Okay, wir hoffen, dass sie sie wiederfinden. Vielleicht dann zur PlayStation 6 und dann direkt mit einer richtig geilen VR-Brille und ganz vielen Titeln. Und dann sind wir doch alle wieder versöhnt. Und dann haben wir auch Sony wieder lieb. Ich bin gespannt, ob das passiert, ob Sony bei uns in der Gunst noch mal steigen kann. Da muss schon viel passieren. Offen genug sind wir dafür. Ja, ja, das schon. Aber sie müssen halt gute Software liefern. Sie müssen mal was machen, ja. Das zeichnet sich halt, glaube ich, leider insgesamt in der Gaming-Branche gerade nicht ab. Die Gaming-Branche ist gerade so ein bisschen am Bröckeln insgesamt. Also das betrifft nicht nur VR, sondern das betrifft gerade alle. Alle Studios bauen gerade massiv ab, reduzieren ihre Projekte. Und da sind namhafte Projekte bei, die scheinbar gerade geschlossen werden. Und von daher ist es vielleicht auch ein ganz anderes Übel, das da gerade mitspielt, warum es der Branche gerade so schlecht geht. Also da hat VR nichts mit zu tun. Es ist halt leider nur bezeichnend, dass VR ohne groß zu überlegen eins der ersten Standbeine ist, die man abschneidet. Klar, wenn du dann wirtschaftlich hingehst und sagst, okay, aus welchen Gründen auch immer wollen oder müssen wir irgendwo Zöpfe abschneiden, dann ist natürlich das, was dir grundsätzlich am wenigsten Geld bringt, das Erste, was rausfliegt. Und dann ist es aktuell eben, dann trifft es das ungeliebte Stiefkind. Ja, das ist so. Ja. Gut, also das heißt, deine Meinung, ich fasse aus dem Kast zusammen, Sony sollte lieber Chat-GPT auf PlayStation 5 bringen, da haben sie mehr von als BitMEA-S VR2. Und wir verharren der Dinge, was Sony mit diesem Headset in den kommenden Monaten anstellt, aber wirklich zuversichtlich sind wir leider nicht. Ja, ich baue schon mal das Museum. Ich bin froh, dass ich meine rechtzeitig verkauft habe damals. Allerdings wird sich am Ende dann noch zeigen, Ben, ich halte es mal gerade in die Kamera, wer von uns beiden die beschissenere Investition getan hat. Also ist es meine Apple-Brille, die hier rumfliegt. Ah, du weißt, die einen fahren in Urlaub, so richtig schön zwei Wochen, All-Inclusive, Barbados. Und du kaufst dir halt so ein Ding dort. Wer es hat, der hat. Ja, definitiv. Ich steige auch gleich. Meine Familie steht hinter mir, die verzichtet auch einfach mal auf den Jahresurlaub, damit ich mir so einen Schnickschnack holen kann. Das finde ich sehr, sehr gut. Ja, die weiß halt noch nichts davon, aber das muss ich denen halt noch sagen. Echte Märtyrer. Kannst du Märtyrer bitte irgendwie mit VR schreiben? Frag mal, ChatGBT. Märtyrfra. Märtyrfra. Ben, das ist der Punkt, wo wir raus sollten, glaube ich. Sonst kriegen wir wieder so einen Kommentar. Ihr seid so cringe. Kurze Runde. Kurze Runde. Es ist halt einfach so. Es ist kurz. Und treiben gerade andere Sachen. Und der VR-Markt stagniert. Und das spiegelt sich auch in der Cast-Qualität wieder. Wir wollen auch Wochenende. Also es ist kurz vor Wochenende. So, komm wirklich jetzt. Ciao. Ciao. Ciao.